Eine gewaltige Aschewolke schießt in den Himmel. Es sind Bilder einer neuen, heftigen Explosion am Stromboli. Selbst aus der Entfernung ist die rund drei Kilometer hohe Staub- und Aschewolke deutlich zu erkennen. Gegen 14 Uhr entlädt sich der Vulkan in dieser Ascheexplosion, aufgezeichnet von zahlreichen Beobachtungskameras des Italienischen Instituts für Vulkanologie. Die Behörde spricht von einem paroxysmalen Ereignis. Paroxysmus bedeutet, ein Vulkan steigert plötzlich massiv seine Aktivität. Schon seit Tagen gilt hier die höchste Alarmstufe. Der Stromboli auf der gleichnamigen Insel vor Sizilien spuckt Lava und heiße Ascheströme ins Meer. Mit dieser neuen, massiven Aschesäule befürchten Experten, es könne tatsächlich ein heftiger Ausbruch bevorstehen. Ausbruch Vielen Dank.